Am meisten beschäftigt mich die Plastikproblematik. Überall, wo man hinschaut, hat es PET-Flaschen oder sonstigen Abfall. Und ich sehe, dass etwas einfach nicht richtig läuft. Sehr augenscheinlich ist das Schrumpfen der Gletscher. Wir müssen unser Verhalten dringend ändern, sonst können wir die Katastrophen in der Zukunft nicht mehr verhindern. Unser blauer Planet ist ein Wunder. Und ich wünsche mir sehr, dass künftige Generationen dieses Wunder auch erleben dürfen. Es geht um unser Überleben und unsere Zukunft. Und darum unterstütze ich Greenpeace. Wenn auch du nicht einfach zuschauen willst, wie unsere Lebensgrundlage zerstört wird, besuch unsere Webseite greenpeace.ch. Gemeinsam retten wir unsere Umwelt. Engagiere auch du dich. Besuche jetzt unsere Webseite greenpeace.ch. und werde Teil von Greenpeace.